Hallo Oma, ich bin's, Laura. Wir sind ja gerade im Urlaub in Winterberg. Nochmal danke für den Tipp. Gestern waren wir direkt auf der Piste. Das hat uns rein richtig gut gefallen. Hi Oma, ich bin's wieder. Wunderschön, die Natur hier. Heute waren wir im Neuschnee wandern und haben eine Christbaumfarm entdeckt. Da hat sich Sophie gleich mal unseren Weihnachtsbaum ausgesucht. Hi Oma, schon wieder ich. Nach der ganzen Action haben wir uns gestern erstmal ein bisschen Ruhe gegönnt. Zuerst schön Wellness, bisschen abtauchen und abends dann was für die Seele. Uh, Oma, rate mal, wer dran ist. Und rate, wer seit Ewigkeiten mal wieder im Kinobar und sogar Sport gemacht hat. Hallo, Oma, du bist ja ständig unterwegs. Mensch, was machst du denn? Spielt der FC heute oder warum gehst du nicht ans Telefon? Gestern sind Mama und Papa angekommen und wir haben uns das Winterdorf angeschaut. Echt gemütlich. Hi Oma, du, der Urlaub ist jetzt rum. Nochmal danke für den Tipp. Sag mal, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Es war traumhaft. Habe ich doch gewusst, dass es dir wieder gefällt. Überraschung! Mein Winterberg